Teamwear-Spezialist Stano füllt die Vereinskasse deines Clubs. So funktioniert es. Wir erstellen deinem Verein einen überschaubaren und eigens eingerichteten Club-Shop, in dem die Stano Teamkleidung schnell und einfach bestellt werden kann. Zusätzlich zu den günstigen Preisen erhält dein Verein 20% Cashback. Darüber hinaus können auch alle Mitglieder dazu beitragen, das Vereinsbudget zu erhöhen. Auf jede Bestellung über den personalisierten Mitgliedershop erhält der Verein weitere 10% Cashback. Zudem belohnen wir all diese Aufträge mit einer Gutschrift von 10% für Vereinsmitglieder. Je mehr Bestellungen getätigt werden, desto höher wird die Summe des Cashbacks. Alles wird automatisch in dem Stano-Konto des Vereins berechnet. Dieser Betrag wird mehrfach im Jahr ausgezahlt und kann nach den Wünschen des Vereins beliebig ausgegeben werden. Du genießt alle Vorteile ohne einen Vertrag, der deinen Verein über Jahre bindet. In unserem großen Lager sind alle Kollektionen vorrätig und du kannst die Vereinskollektion jederzeit nachbestellen. Die hochwertige Teamkleidung ist in vielen gängigen Vereinsfarben und in verschiedenen attraktiven Designs erhältlich oder wähle dein ganz eigenes Special Design. Stano versorgt deinen Verein nicht nur mit einer einheitlichen Mannschaftskleidung zu äußerst günstigen Preisen, sondern auch mit Cashback für Vereinsangelegenheiten. Du möchtest Stano und unser einzigartiges Ausstattungskonzept für deinen Verein kennenlernen? Dann kontaktiere uns.